Willkommen zum fünften Teil unserer Einführung in Shotcut. Hier schauen wir, wie man eine Überblendung zwischen zwei Clips erstellt. Dazu schiebe ich den letzten Clip nicht nur bis er hier einrastet, sondern darüber hinaus. Durch dieses Symbol wird dann gezeigt, dass hier eine Überblendung entstanden ist. Standardmässig handelt es sich bei dieser Überblendung um ein sogenanntes Auflösen. Man kann aber noch aus vielen weiteren Überblendungen auswählen. Dazu aktiviert man die Überblendung und wählt dann hier oben Eigenschaften oder hier direkt die Registerkarte Eigenschaften. Man sieht, es gibt hier verschiedenste Überblendungen. Ich wähle da mal eine. Da unten gibt es jeweils noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Schauen wir mal, wie diese Überblendung hier aussieht. Man kann da also ein bisschen ausprobieren, welche Überblendung einem für sein eigenes Projekt am besten passt.